Herzlich willkommen zu meiner lustigen Tierkunde. Es geht heute um amerikanische Tiere. Da denkt man natürlich an den Wappenvogel, den Adler, aber man muss auch immer denken an den Elefanten der Republikaner und den Esel der Demokraten. Um den ging es in den letzten Tagen in Philadelphia beim Parteitag. Wir schauen ein wenig hinter die Tiere, hinter den Parteitag auf das Wirtschaftsprogramm von Hillary Clinton auf das Wirtschaftsprogramm Allgemein der Demokraten, denn die Chance ist ja recht groß, dass Hillary Clinton das Zepter übernimmt. Nächstes Jahr von Barack Obama und dann muss man mal sehen, was bedeutet das wirtschaftlich, was bedeutet das finanziell für die USA und ein Stück weit natürlich auch für den Rest der Welt. Donald Trump, wir erinnern uns, hat ein relativ einfaches Wirtschaftskonzept. Er sagt, wie das bei den Republikanern immer der Fall ist, Steuern runter. Das klingt natürlich ganz toll. Wer möchte das nicht? Aber realistisch ist das nicht. Ganz anders klingt das Programm der Demokraten. Hillary Clinton sagt ganz klar, Steuern rauf und zwar für die Besserverdienenden und für die Unternehmen. Autsch, das könnte natürlich auf den ersten Blick Wählerstimmen kosten. Tut es vielleicht auch. Aber das Programm ist ein realistischeres Programm, denn höhere Steuern, vor allem auch höhere Unternehmenssteuern, das führt natürlich zu höheren Staatseinnahmen und die kann man dann entsprechend investieren. Am besten natürlich in Infrastrukturprojekte. Wenn man an amerikanische Infrastruktur denkt, dann denkt man an die kaputten Straßen, an die bröckelnden Brücken. Aber es gibt auch große Probleme mit dem Stromnetz, dem sogenannten Power Grid. Es gibt Probleme im Datennetz, im Telekomnetz. Da ist vieles verbesserungswürdig und wenn man das einmal machen würde, dann würde das natürlich auch unheimlich viele Jobs in den nächsten Jahren kreieren. Jobs, die Amerika natürlich dringend braucht. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Jobs zu kreieren. Auch da sind eigentlich die Demokraten ganz gut dabei. Und zwar denken sie ja auch verstärkt an alternative Energien. Solar, Windkraft, da kann man aber nur richtig stark wachsen mit Subventionen aus Washington. Die sind in den letzten Jahren ja immer am Protest der Republikaner gescheitert. Sie werden aber dringend notwendig. Witzig ist ja übrigens, dass die Republikaner Subventionen in anderen Bereichen, etwa bei der Mineralölindustrie, jedes Jahr immer durchwinken, obwohl sie da gar nicht mehr nötig wären. Wenn man also solche Subventionen richtig einsetzt, dann kann das zu mehr Arbeitsplätzen führen. Mehr Arbeitsplätze, das ist eine Sache. Besser bezahlte Arbeitsplätze, das ist aber die andere Sache. Der Mindestlohn in Amerika beträgt nur knapp über sieben Dollar. Er soll angehoben werden auf mindestens zehn Dollar. Es waren noch schon höhere Beträge im Gespräch. Zwölf Dollar, 15 Dollar. Und dass diese Initiative nach einer Anhebung der Mindestlöhne im Parteiprogramm ist, das hat man nicht einmal Hillary Clinton zu verdanken, sondern Bernie Sanders. Er kandidiert jetzt selbst nicht mehr, hat aber das Parteiprogramm der Demokraten deutlich beeinflusst. Und nur um das noch einmal klarzustellen, Bernie Sanders ist kein Sozialist, wie das immer wieder dargestellt wird, sondern er ist ein klassischer Sozialdemokrat. Seine politischen Maßnahmen, seine politischen Ideen haben nichts mit Ostblock zu tun, sondern reflektiert eigentlich alles, was man hier in Europa, etwa in Deutschland aus der Wirtschaftspolitik gewöhnt ist. Wir haben also zwei Konzepte. Die Republikaner sagen, Steuern runter und sie sagen, wir wollen den Unternehmen helfen. Dann wird das schon auch irgendwie sich auf die Arbeitnehmer auswirken. Trickle Down nennt man das. Das hat aber seit Ronald Reagan immer wieder man probiert und es hat einfach noch nie funktioniert. Die Demokraten sagen, Steuern rauf und das Geld investieren. Und das dürfte auf jeden Fall funktionieren. Bleiben wir bei Steuern. Es soll unter Hillary Clinton möglicherweise noch eine andere Steuer geben, die deutlich angehoben wird. Die Finanztransaktionssteuer. Das geht natürlich dann direkt an die Wall Street. Das geht direkt an die Spekulanten. Es sollen viele Steuern angehoben werden im Bereich der Spekulation. Und auch das ist natürlich eine gute Initiative. Hier will man einfach dafür sorgen, dass Hedgefondsmanager letztlich nicht weniger Steuerlast tragen als die einfachen Arbeiter. Eine Frage natürlich, die sich immer stellt bei Hillary Clinton. Wie hart wird sie nachher wirklich mit der Wall Street umgehen? Denn sie ist ja schon sehr eng verbunden mit Goldman Sachs und mit anderen Banken. Da ist sicher so noch manche Frage offen. Mancher wünscht sich da auch Bernie Sanders als Kandidat. Aber unterm Strich hat er seine Spuren hinterlassen im Parteiprogramm der Demokraten. Und unter Hillary Clinton ist durchaus wahrscheinlich, dass das dann auch entsprechend umgesetzt wird.